Ei, 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 das eile die ganzelei. Rehra ruggele, das gibt eine kleine Kuggele. Hin und her ist nicht schwer. Hin und her ist nicht schwer. Der Stift macht noch einen Tanz, das zeichnet gerade einen Schwanz. Zwei Ohren muss es auch noch haben, dass das Mäuschen hören kann. Damit das Mäuschen schauen kann, muss es noch zwei Augen haben. Zwei Ohren. Zwei Ohren. Zwei Ohren. Zwei Ohren.